Mo Mo 1 Januar Muni Sammeln alter nicht nicht ist auf müssen sich anordnen krieg ich weiß nicht Okay. Mach ich wieder Feuer kaputt. Aber hier brauch ich die ja nicht. Ich hab schon das Scharfschutzengewehr gehört hier. Ist nicht gut. Das Eigentum im Armerkern. Ein Prototyp. Versager. Ich muss Versager ausradieren. Versuch's doch mal. Ich versuch das so. Alter ich will sowas so nicht. Oh. Das wollte ich zwar nicht hören. Was zuhören. Was zuhören. Was zuhören. Was zuhören. So was. Nee. Alter. Ich. Ich will gar nicht. Ich muss aber. Oh. Seeleband. Oh. Ich will sowas von mich. Muss ich. Ich muss doch jetzt auf dem. Dings drauf. Oder? Alter. Mal. Wo. Was war das. Mal. Mal. Warst du das? Ich hoffe, dass du es warst. ACIB. Muss ich jetzt durch den Bus hier, oder was? Wo muss ich denn hin? Der steht hier sehr ungünstig. Hier steht alles... Hier steht... Uah! Alter! Boah, ich dachte, ich falle da jetzt runter, ey. Alter. Ich kann auch nicht warten, ne? Basiszone, aber... Arme Camp Transporter, okay. Erstmal ein B mitnehmen. H-R-O. H-R-O. Rostock. Ha! Geil. Der ist ja super. Kann man hier noch rüber? Kann man hier rüber? Ja. Kann man hier was hin? Ich will hier nur gucken, ob ich mir was hinfahne. Nö, leider nicht. Gott, bin ich blöd! Das war falsch. Verdammt. Ach, Mann. Das B hat Schuld. So. Was zum... Was zur Hölle? Was war das? Uah! So. Halt! So. Na gut. Wir lassen das zu. Wir lassen das dabei. Man muss ja rüber gucken, wegen Seelenbändern und so. Oder Muni oder so. Wäre beides schön. Da ist zum Beispiel noch eins. Seelbank. Was war das denn gerade? Diese Trichter... ... überall. Labern nicht mit mir. Ich kann das nicht... ... ich kann das nicht wirklich... ... nicht wirklich richtig lesen. Na, der Bus ist ja nett eingeparkt. Das ist ja super. Ähm. Ich erinnere mich, da bin ich mal runtergefallen, oder? Bei sowas. Haben wir hier noch eine Stelle, wo man laufen muss? Vad ist das? Ist das schon mal heute losstehen? Okay. W한테... ... Okay. Okay. Ich bin schon wieder von hier aus. Alter. Ihr wollt mich doch eher ganz ehrlich. Und den ganzen Scheiß nochmal machen, Alter. Ach so geht das. Tür auftreten. Ah. Alter. So, dann geht man hier lang. Tschüss Bus. Man sieht sich. Schießschriftzucht. Na? Jupp. Hier war irgendwas. Aua. Verdammt. War zu hoch. Ja, das kann ja schon ab. Die paar Beinbrüche. Also, pfft. Seeleband. Das ist ja ein Bede. Wollen wir wissen, wo man da langen muss. Oh, eigentlich. Tschüss LKW. Oder? Na gut. Ich glaube, da muss man links laufen, oder? Command X-Ray 1-4. Printbox 4, Romeo clear. No survivors. Requesting evac. Laufen. Wow. Command Yankee 2-6. Printbox 5, Sierra is also clear. Alter, wo muss ich denn da hin? Was geht? Was geht? Was ist immer die ganze... Oh, Alter. Ich meld mich, wenn ich wieder da bin. Bis gleich, Leute. Oh, jetzt. Da bin ich wieder. Wow. Da muss man so aufpassen, ne? Weißt du, bei solchen Scheißstellen... ...hätte ich lieber... ...und im Kampf, oder so. Weil ich weiß echt nicht, wo ich da hin muss. Alter. Das kann mir Wurst sein, eigentlich. Na, das sieht ja gesund aus. Stülzt hier noch was ein? Das will ich gar nicht. Oh, ein Bein. Noch ein Bein. Tag. Mal wieder Tag sagen, einfach. Tag. So. Kann man das öffnen? Das weiß ich, wie ich es nicht mehr... Oh, nicht schon wieder. Oh, Bänke. Kann ich mich hinsetzen. Warte mal. So. Hier warte ich und warte, bis das SP vorbei ist. Oh. Oh. So. Nie, weiter geht's. Wo, wo kam ich eigentlich? Ich muss nicht weiter, oder? Ach nee, von hier komme ich. Von hier komme ich. Wer so eine Scheiße macht denn? Wo? Alter, röchle mir nicht ins Ohr. Röchle mir nicht ins Ohr, Alter. Röchle mir nicht ins Ohr, Mann. Das ist ekelhaft. Alter, was hier abgeht. Das Haus ist wieder sehr gesund. Boah. Das Röcheln, das ist so ekelhaft. Einfach. Alter, was geht? Was geht denn hier nicht? Meine Fressen. Ist ja unfassbar, sowas. Da wäre am besten, wenn man sich irgendwo in der Ecke stellt. Bei sowas. Aber da kann er eigentlich hintereinen kommen. Wo kann er nicht hintereinen kommen. Boah. Boah. Alter. Oh, nicht schon wieder Slender. Boah, Alter. Hashtag. Ja, Hashtag Slender, ey. Oh, nicht. Nee, doch nicht Slender. Na gut. Aber ich habe die angenehmen sollen. Gesperrt. Ja, dein Vater ist gesperrt. Na. Achso, da war da was. Oh Mann, ich habe es nicht wirklich gesehen. Museum lässt mir nochmal angucken. Oh, ein Fernseher. Entschuldigung. Kein RTL gucken. Natürlich nicht. Ich gucke wie der RTL noch sonst irgendeinen anderen Sender. Ich habe seit Jahren kein Fernsehen mehr. Kommt ja nur Schitte. Ist nichts Sehenswertes dabei. Schon wieder Speichern? Ich weiß noch, ob das so gut ist. Target spotted. Wenn es geht, fressen. Das ist auch noch eine gelittene Stelle. Nö, hier mache ich Pause. Ähm. Genug aufgenommen. Ich habe keinen Bock mehr jetzt. Ähm. Bis dann, Leute. Ich habe da keinen Bock mehr drauf. Tschüss. Tschüss. Tschüss.